Der Rosenmontagszug in Köln hat sich ja übel lang gezogen. Weißt du warum? Es gab ein riesiges Polizeiaufkommen. Warum? Höhe Friesenplatz. Weil einfach so eine Frau, es sind ja nicht nur Kölner auf den Wegen, aber so eine Frau hat es falsch verstanden. Die dachte, man wirft ja Kamele, ne? Ja. Die hat Kamele geworfen. Wie? Die hatten so ein Kamel auf dem Wagen und dachten, man wirft Kamele. Dann hat sie so Kamele in so eine Menschenmenge geworfen. Ja, die hat doch gar keine Kraft dafür. 17 Leute gestorben. Die hat doch gar keine Kraft dafür. Klar, wenn du so ein Kamel runterschubst. Joke wieder völlig an Sander vorbeigegangen.